Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben im letzten Part uns die ganzen Sachen angeguckt. Also die letzte Erinnerung und wir haben den Eponator bekommen. Der mit irgendwelchen Materialien gefüttert werden will. Wir können uns aber mal das Bild nochmal angucken. Nee, schade. Obwohl wir es bekommen. Aber mit Zelda und ich bin 5 recken. Nach der Entnennungszeremonie im Schloss Hyrule. Kraschewa gab es dir, nachdem er die Ballade direkt fertiggestellt hatte. Schade, dass wir es nicht angucken können. Warum nicht? Haben wir es vielleicht zufällig? Nein, aber das können wir auch mal löschen. Ähm, schade. Hätte ich gerne angeguckt. Na gut, wir haben ja alles. Wir können die hier nochmal verwenden. Zeig ich eine Bewährung oder wollen wir die aufbewahren? Nö, ich glaube die verwenden wir. Können wir noch ein bisschen Ausdauer und zollen. Der Portmedaillon, das haben wir auch noch nie benutzt. Hier, können wir eigentlich mal platzieren. Zack. Können wir uns hier jederzeit hin teleportieren. Ist das wichtig? Nö. Gut. Ich würde sagen, das ist die letzte Ausdauer, die wir uns holen. Wo wir uns da drinne. So ein schöner Abschluss, oder? Ach ja. Zelda hat gesagt, wir sind bereit. Für die letzten Prüfungen. Oder halt, um Ganon zu vernichten. Theoretisch sind wir das auch schon. Aber wir haben noch eine Sidequest, die wir machen müssen. Dazu müssen wir Fische fangen. Oh, süß. Hier. Bam. Unglaublich. So. Gehen wir zur Götterstatue. Tauschen unsere letzten Abzeichen ein. So. Beten. Du hast die Herausforderung bestanden und Zeichen der Bewegung erhalten. Für Zeichen der Bewegung kann ich dir neue Kraft gewähren. Mach mal ein Herz. Du strömst bereits über Volllebenskraft. Es ist nicht möglich, dir weitere Herzcontainer zu gewähren. Möchtest du ein Zürich in Austauschantene? Ja. So sei es. Dann haben wir noch eine Ausdauer. Perfekt. Perfekt. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen mehr Ausdauer. Richtig gut. Können halt eigentlich damit nicht mehr fernfangen. Aber ich denke mal, man bekommt den Kreis nicht voll. Einfach nur, damit man die Teufelsstatue nochmal nutzen kann. Weil die wäre sonst richtig überflüssig. Außer halt während des Spiels. Dass man da halt ein bisschen hin und her tauschen kann. Dass man sich falsch entschieden hat. Aber naja. So. Was machen wir denn als erstes? Boah, ist das Siegel riesig. Aber okay, dann fällt es wenigstens auf. Ähm. Boah, eigentlich können wir es auch hier platzieren, oder? Platzieren wir es einfach mal hier. Platzieren. Mal platzieren. So. Ja, sieht gut aus. So, wir wollten gucken. Ich sehe gar nicht, die vier Titanen. Erinnerungsfotos. Nein. Das haben wir alles. Genau, rieselhaftes Hyrule. Wir müssen einen Fisch fangen. Ich weiß halt nur nicht genau, was für einen. Soll irgendwas Elektrisches sein, soweit ich weiß. Wow, der hält mehr als einen Schlag aus. Krass. Oder. Hyliahose. Okay. Hatten wir die noch nicht? Alte Hose. Hyliahose. Moment. Die hatten wir doch schon. Hyliahose. Verstehe ich nicht. Egal. Können wir die verkaufen. Haben wir mal eine gekauft? Oder was haben wir damit gemacht? Da sind nur Eier drauf. Können wir uns aber auch noch. Wow. An den komischen Typen hier rächen. Also an den Neuen. Der uns damals mal platt gemacht hat. Ganz zu Anfang. Das Heads Place. Da haben wir unsere Rache nämlich auch nochmal dafür bekommen. Ja, guck mal. Ist das ein Goldner? Keine Ahnung. Schnappen wir uns einfach. Was will der uns denn anhaben? Sagt er, er starb. So, wir haben OP-Pfeile. Möchte ich aber eigentlich nicht benutzen. Er kennt uns immer noch nicht. Geil. Überraschung. Okay, unser Ratter-Schild ist kaputt. Macht aber nichts. Wir haben noch mehr. Wow. Alles klar. Ähm, wir haben... ...zwei Händer. Können wir ihn einfrieren? Schade. Autsch. Oh, oh, oh. Stimmt, der kann auch... ...Shiplock noch machen. ...Autsch. Macht nichts. Diesmal One-Hit ist es sonst nämlich nicht mehr. Mit Bomben fallen. Jo, komm her. Ist Mifas Gebet eigentlich bereit? Nicht, dass ich mich jetzt nicht gegenheile und dann stehe ich durfte da. Äh, Mifas Gebet. Verwendet man 46 Sekunden. Dann hau ich mir doch noch mal kurz was zu füttern rein. So. Wenn uns ja nichts passiert. So. Immer schnell draufhalten da. Wow. Wie das gar nichts ausmacht, dass es einfach zerbricht. So. Wir haben aber noch mehr für dich. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Come her. Oh. 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 Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Danke, Mipa. Autsch. Ja, blöd gelaufen, wenn da ein Stein ist. What? Wenn so einer auf mich einprühen würde, da hätte ich Angst vor. Ah, das habe ich getroffen. Autsch. Ich beschütze dich. Danke, Mipa. So. Feuer gegen Eis. Oh, Feuer hat gewonnen. Schade. Okay, jetzt war unser gutes Schild. Macht aber nichts. Aber noch mehr. Nein, 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 nicht heilen, nicht heilen. Das ist das Wichtigste, dass er sich jetzt nicht heilt. So. Wenn er schon so Müll macht. So, dann habe ich den noch. Einfach nur, damit wir unsere Rache haben vom Anfang. Ups. Nein, war richtig. Ähm, dann haben wir... Was haben wir noch so? Hier ein kleines Messerchen. Wieso hat er ihn jetzt nicht anvisiert gehabt? Wow, Link. Fall doch noch weiter. Darugs Schirm ist jetzt einsatzbereit. Jawohl, mit so einem kleinen Messerchen. Haben ihn zerstört. Gut, haben wir unsere Rache auch schon mal gekriegt. Gut. Dann brauchen wir Schimärenbogen. Nehmen wir definitiv mit. Ähm, den habe ich jetzt verwendet. Hauen wir den weg. Und nehmen den mit. Ah, nur 32. Nehmen wir den weg. Und nehmen den lieber nochmal mit. So. Gut. Haben wir unsere Rache auch schon mal gekriegt. Was hat er jetzt davon? Der hat zwar ziemlich zugesetzt, aber was soll's. Das war's doch wert. Ähm, nochmal kurz futtern. Und wir gucken mal, was wir an Fischen finden. Das war so ein Lager mit so einem goldenen. Ähm, Elektrofische. Ich weiß nicht, wo ich elektrisierende Fische herfinde. In der Wüste haben wir kein wirkliches Wasser. Ja, doch. Da ist eine kleine Oase, aber... Ich glaube, da war kein Fisch drin. Wo kriegen wir denn Zitterforellen oder sowas? Oder haben wir Zitterforellen mittlerweile? Ich hab schon lange nicht mehr geguckt. Einmal sortieren. Äh. Glutforelle. Ne. Das wird eine Zitterforelle. Das heißt, wir gehen mal... Boah. Ich weiß es nicht. Zu den Soros. Irgendwie. Vielleicht können wir uns da eine kaufen. Weil die sollen eigentlich am meisten Fische haben. Jedenfalls so. Vom Gefühl her würde ich das sagen. Waffen mit Todesstoßeffekt. Okay. Führst du mit diesen Waffen eine Angriffskombination aus? Verursacht der letzte Treffer doppelt Schaden. Wie erkenne ich den Todesstoßeffekt? Ach guck mal, man sieht sogar einen kleinen Imbanator vorweg fahren. Sind das jetzt Abgase, die er macht? Oder sind das? Ähm. Ja. Sandaufwirbelung. Das da. Wir werden das Motor halt auch gleich nochmal austesten. Ganz bestimmt. Und. So. Ja. Oh. Pfeile. Ja. Ja. Alles. Jo. Wir haben es doch. So. Wir haben noch eine Pfeile. Wir haben Steinsalz. Na klar kaufe ich das. Ah. Was haben wir hier? Fische. Frostforelle. Glutforelle. Nein. Keine Zitterforelle. Hm. Na gut. Dann halt keine Zitterforelle. Ich hätte jetzt gedacht, die könnte ich... Schreib mich doch nicht mal so an, du. So. Hat sie doch eigentlich noch was dazu zu sagen? Dass wir seine Erinnerung damals hatten? Oder bekommen haben? Äh, wo ist der Prinz? Oben bestimmt, ne? Ne, hier ist nur der König. Hast du was dazu zu sagen? Oh. Äh, wir danken dir, Link. Du hast uns alle gerettet. Sicherlich ist Mifa glücklich, dir erneut beistehen zu können. Wir verfolgen deinen und Mifas Kampf von hier aus mit. Wenn wir dir helfen können, zöge nicht uns zu fragen. Na gut. Wir werden dir von Mifa erzählen, auf das ihre Seele Frieden findet. Mifa war immer freundlich zu allen. Schon, als sie ganz klein war. Zu den Dorfbewohnern und zu Fremden auch. Als du uns besucht hast, als du noch klein warst, hat sie dich wie einen Bruder betrachtet. Doch Hyllianer altern sehr viel schneller als wir. Irgendwann warst du so groß, dass sie zu dir hochsehen musste. Im Mifas Tagebuch steht, dass sie begann Gefühle für dich zu entwickeln. Eine Sora Prinzessin, die sich in einen hyllianischen Schwertkämpfer verliebt. Wir haben eine Legende, die davon handelt. Daher hätten wir euch mit Freuden meinen Segen gegeben. Wie bedauerlich, dass es niemals dazu kam. Tagebuch? Ja, es wurde erst unlängst gefunden. Wir waren so glücklich. Mifas Tagebuch liegt auf dem Tisch dort drüben. Du hast unsere Erlaubnis, das zu lesen. Und ich bin mir sicher, dass auch Mifa damit einverstanden wäre. Ähm... Das haben wir aber, glaube ich, noch nicht gemacht. Mifas Tagebuch. Tagebuch lesen, äh ja, erste Seite. Äh... Eine Gesandtschaft des Königs von Hyrule kam heute in unser Dorf. Mit dabei war ein Hyllianer von ungefähr vier Jahren. Sein Name war Link. Vier! Wow! Da sind wir richtig jung gewesen. Er war sehr aktiv und er hat wirklich ein süßes Lächeln. Insgesamt wie ein durchschnittliches Kind. Aber trotz seines Alters soll er schon mit dem Schwert umgehen können und sogar Erwachsene besiegt haben. Mit vier! Link! Respekt! Wie hast du das geschafft? Vielleicht ist er auch nur ein kleiner Draufgänger. Denn er hatte überall Schramm. Also habe ich ihn geheilt. Warte mal, vielleicht vierzehn? Haben wir verlesen? Hm... Er hat so etwas wohl noch nie gesehen. Denn seine Augen wurden ganz groß, als ich meine Kraft einsetzte. Wie goldig! Nächste Seite. Beim Dorf der Zoras wurde ein Titan ausgegraben. Varuta. Als ich ihn das erste Mal sah, fand ich ihn direkt niedlich. Aha. Niedlich. So ein riesen Ding. Er so groß und rundlich, wie er ist. Und die lange Nase dazu. Die Leute vom Stamm der Sheikah, die für die Ausgrabung hier waren, sagten, dass Titan einen Piloten brauchen. Jemand hat dieses Ungetüm gesteuert? Ich frage mich, wer es wo als nächstes steuern wird. Link war wieder hier. Das letzte Mal ist schon eine Weile her und er sieht jetzt ganz anders aus, als damals als Kind. Er wurde zum Ritter ernannt und führt das Heilige Bandschwert. Er spricht und lächelt viel weniger als früher. Du hast gesprochen, Link? Außer... Deine komischen Kampfschrei? Na gut. Ich habe ihn mehrmals gefragt, ob alles in Ordnung ist, aber er schüttelte immer nur den Kopf. Vielleicht ist es, weil er nun größer ist als ich. Ich habe das Gefühl, er blickt ständig über mich hinweg, in die Ferne. Die Prinzessin von Hyrule war bei uns im Dorf und wollte wissen, ob ich einen der Titanen steuern würde. Sie sagte, dass sie gegen die Verheerung meine Hilfe braucht. Ich wusste sofort, was ich zu tun hatte. Falls die Verheerung gar nun zurückkehrt, sind das Dorf und seine Bewohner in Gefahr. Ich weiß nicht, wohin das alles führt, aber wenn ich etwas tun kann, will ich es tun. Ich muss alle beschützen. Außerdem sollten die Titanen demjenigen helfen, der bestimmt ist, sich Gannon zu stellen. Link. Ja, das ist der Hauptgrund, warum sie mitgemacht hat. Link war nach längerer Zeit wieder bei uns. Ich erzählte ihm von dem Leunen am Donnerhorn, der uns Sorgen bereitet. Er machte sich einfach Richtung Berg auf, ohne ein Wort zu sagen, also folgte ich ihm. Link bestand zwar darauf, dass er es allein schaffen würde, aber ich ging trotzdem mit. Und dann geschah es. Der Leunen griff uns hinterrücks an und ich dachte schon, es sei um uns geschehen. Doch Link zog das Heilige Bandschwert und besiegte den Leunen. Er beherrscht das Schwert wirklich meisterlich. Ich war wie gebannt von seinen Bewegungen. Wie er denen zur Seite steht, die seine Hilfe bedürfen. Seine elegante Bewegung. Ich... Sein letzter besonders schöner Angriff war die Wirbelattacke. Ob ich diese Attacke mit meiner Lanze auch schaffe? Fahata hat mir endlich erlaubt, den Titan zu steuern. Wir können die Verheerung nicht einfach ignorieren. Wir sowas müssten tun, was wir können. Müssten tun. Achso, okay. Sagte er und bat mich mit Tränen in den Augen, nur ja, heil zurückzukommen. Ich hätte selbst fast geweint und konnte nur nicken. Segon starrte nur an die Decke und Musu verließ den Thronsaal. Es tut mir leid für die beiden, aber ich möchte Link helfen. Inzwischen habe ich auch alles für die Rüstung. Heute wurde die Ernennungszeremonie im Schloss Hyrule abgehalten. Aber ich weiß gar nicht mehr viel von der Zeremonie selbst, denn danach ist etwas Wundervolles geschehen. Ich habe so etwas noch nie erlebt und ich werde diesen Moment für immer im Herzen behalten. Ich bin sehr dankbar, dass die Prinzessin meiner Bitte nachgekommen ist und darauf getan hat, was er getan hat. Aber ich habe auch etwas gehört, was diese süßen Erinnerungen einem bitteren Beigeschmack verleiht. Link wurde anscheinend als Leibwächter Prinzessin auserwählt. Sie werden viel Zeit miteinander verbringen. Heute ist die Rüstung endlich fertig geworden und sie sollte Link perfekt passen. Er soll bald wieder ins Dorf kommen. Ich frage mich, ob ich ihm die Rüstung wirklich geben soll. Vor langer Zeit gab es wohl eine Soka-Prinzessin, die sich in einen helianischen Schwertkämpfer verliebt hat. Dieses Mal kommt Link ohne die Prinzessin. Also hat er hoffentlich etwas Zeit. Ich weiß, ich werde mit Link auf Ruta den Sonnenuntergang anschauen. Möge die Soka-Prinzessin mir Mut geben. Oh, cool. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier nochmal Erinnerungen finden. Ist es im Hauptspiel auch schon drinne? Oder ist es jetzt erst durch den DLC dazu gekommen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe das in meinem Privatspielstand nie nachgeguckt, ob hier oben noch was ist. Ich glaube, es kommt durch den DLC, weil sie halt darauf eingehen mit dem Bild und so. So, Sidon. Was mit dir? Bitte komm in unser Dorf, wenn du bei irgendwas unsere Hilfe benötigst. Wir werden dir zur Seite stehen. Darauf kannst du dich verlassen. Du bist wirklich spitze, Link. Du bist mein absoluter Lieblingsfilianer und der beste Freund, den ich mir je hätte wünschen können. Ah, Link. Ich kann dir doch bestimmt mit etwas helfen. Äh, ja. Du wirst etwas über meine Schwester erfahren. Ich musste da neulich an etwas denken. Vor 100 Jahren gab es einen Schwertkämpfer, der dann und wann Zeit mit meiner Schwester Mifa verbracht hat. Ich hatte immer Angst, dass er mir meine Schwester wegnimmt. Dieser Schwertkämpfer, das warst du, oder? Verzeih mir meine Direktheit. Aber du hättest... Äh, doch. Aber du hättest der Mann meiner Schwester sein können. Mein Schwager. Oh, was rede ich denn da? Link, bitte vergiss alles, was ich gerade gesagt habe. Er hätte sich das auch gewünscht. Mann! Mifa ist super. So. Wir suchen immer noch Zitterforellen eigentlich. Ähm, ja. Moment. Ist das eine Quest? Ah, wir kennen uns doch. Wir haben uns am Sora-Fluss getroffen, weißt du noch? Ich bin's. Letogan. Äh, danke, dass du gekommen bist. Du hast Ruta besänftigt. Ich kann meine Dankbarkeit gar nicht genug in Worten ausdrücken. Äh, aber dennoch sind die von Ruta verursachten Schäden immer noch zu spüren. Deswegen reparieren mein Kollege Fuga und ich das Dorf. Leider geht uns immer das Material aus. Nun, Reparaturen erfahren immer eine Menge Leuchtsteine. Im Sorana-Hochland sieht man sie überall. Hast du auf deiner Reise vielleicht schon Leuchtsteine gefunden? Es wäre mir eine große Hilfe, wenn du mir 10 davon geben könntest. Ähm, der Leuchtsteinbruch. Ja, nimm. Wenn das mal nicht der Hyana ist. Kann ich dir helfen? Hier, Leuchtsteine. Oh, danke. Du hast wirklich 10 Leuchtsteine für mich? Dann lass mich nur schnell nachziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, das ist wirklich alles, was wir haben wollen. Ich nehme dir die Leuchtsteine immer geschwind ab. Und natürlich solltest du auch belohnt werden. Mit einem Diamanten, alles klar. Ich lege sogar noch einen oben drauf. Zwei Diamanten, danke. Du bist unser Retter. Wenn du wieder 10 Leuchtsteine hast, die können wir immer gebrauchen. Aber ich kann dir nur einen Diamanten geben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Der löscht deinen Bruch. Ähm, ja bitte. Deswegen leuchtet hier auch alles. Gut. Haben wir noch eine zusätzliche Quest gefunden. Habe ich die echt nie gemacht gehabt? Wow. Ähm. Ja, Zitterporein. Wo finde ich Zitterporein? Vielleicht da hinten im Wasser. Bei den Wasserfällen. Ja. Ja. Muss ich erstmal nachgucken. Ich dachte gerade da ist noch so ein... So ein... Wollen wir bis zum Neu hier? Ist dir egal. Was machst du hier? Du scheinst die Wächter besiegt zu haben, die im Surana Hochland erschienen sind. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir gelingt, die gleiche Prüfung zu bestehen wie Prinzessin Miefer. Aber deshalb bist du wahrscheinlich auch ein Reckel. Erlaube mir, mit dir mein Glückwunsch auszusprechen. Cool, die gehen richtig drauf ein. Cool, cool, cool. Ähm. Füchchen. Hui. Wie läuft mit dem Fuchs um die Wette? Er ist genauso schnell wie wir. So, haben wir hier Fisch. Außer Gegner. Ähm. Fischi, Fischi, da ist ein Fisch. Sieht aber nicht aus wie ein Zitterporein. Moment. Wo ist der? Da ist der Fisch. Irgendwas habe ich ganz kurz gesehen. Na komm her. Nein! Ich wollte doch den Fisch haben. Und nicht hoch. Na egal, vielleicht ist da oben noch irgendwie was. Ich glaube Zitterforellen sind relativ länglich, oder? Nicht pauschal. Kein Fisch. Ist gar nicht so geil. Na gut. Können wir da auf das Dach auf? Ja, sieht gut aus. Da ist noch ein Rätsel für den Krog. Aber ich glaube das hier Stausee. Das machen wir dann auch beim nächsten Mal. Also das Rätsel da vorne. Ich erkunde mich mal, wo wir eine Zitterfeuerle finden. Weil dann können wir die anderen Platz auch abschließen und ja, dann gucken wir was wir noch so machen. Gut. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Ciao.